so müssen wir da jetzt noch rein oder wo müssen wir jetzt rein da müssen wir jetzt noch rein muss man nach ganz unten gehen du meintest doch du kannst das ding wahrscheinlich abbauen ich hoffe es mal jetzt brauche ich mir noch vorsichtshalber noch eine habe ich meine ob sie denn da reingeschmissen ja nur drei vier stück raus wenn man ein bisschen was reparieren ich nehme auch nur drei vier stück mit nämlich gleich so ich muss kann man nur aufladen in den teilen sind grüne blöcke drin in den säulen und so gut mal gucken das cobalt level also sollte eigentlich funktionieren kann ich von direkt darunter porten sagt es ist das safe das ist safe da unten wo ich da eben unten war am arsch safe wo ich unten war safe hier ist der testwerk soll ich den jetzt mal mitnehmen wieder lasst ihn unterstehen die grüne ich muss grad die helligkeit anstellen video settings das brauchen wir nämlich auch macht heute mal ganz hoch bei mir jetzt 80 prozent kannst du eh nicht höher machen ich hatte 380 oh exomite exomite habe ich schon mitgemacht nein der noch mit wenn ich schon dabei bin und diese dinge hier der flugschrift die dinge ist auch nicht kaputt doch die kreis kaputt und mitnehmen da krieg ich nur mit der spitzhacke ich brauche denn davon was brauchen wir auf jeden fall davon also pinke wolle piki woll ok und da kriegen wir meine meine die light 4 lol ja wir kriegen da einiges ja jetzt nur die frage wie viele brauchen wir dann davon von dem zeug wizard witches 50 stück 50 stück killen was guck mal die eine quest wizard witches killen ist dieses pulver mhm das ist so gemein ne in der energy extraction der ist so gemein das ist heftig irgendwo hat er noch so grünes zeug da oben noch boah die spinnen ne ach du scheiße hast du dich mal nach oben hast du nach oben geguckt dieses komische leuchten ne oder bist du mal den weg hochgegangen ich brauche mich gerade an einer stelle hoch da ist das ding was ich mal in die welt platziert habe diese clicker stars question auch da ist ne earth schon ich komme nicht an die erder an die sport alles so schnell wieder nach ich weiß muss ich immer so schnell sterben vor ihr hässlichen misspächer machen wir extra schon weg hoch dass ich daran kommen an die kiste ja noch ist haben die runtergerast und kick mich weg ich darf mich wieder neu hoch bauen du hast die gedreckspinne ich fick deine älteren weil wenn ich mich da wieder runter krieg ich bin gerade hochgegangen oder ein bisschen da ist ein bisschen kasch würde ich sagen ein bisschen das geht doch nach der stück ich wollte kann sein was wo schießt er mich denn von wo an ich sehe genau über mir der glotzkopf hallo ach komm weg hallo richtig hallo 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 oh hör doch mal auf hallo hallo ich liebe es wow es gibt es gibt seckweise nach unten die quaschen öffner so seckweise ach was das weißt du gar nicht sterb gleich man sterb doch nö da hab ich so gar keinen bock drauf irgendwie wurde mich jetzt erstmal ein tschö geh weg zombie aber irgendwie überlebe ich grad viel mehr schon mhm aber meine auszung ist aber gleich im arsch ich glaub weil ich die exe meiteres zungen hab ja die hab ich zuerst immer schwindig an echt gut das ist das ist ein gründerblock das ist ja hart die heffin dreckssicher boah stirb doch mal voll am rumragen tut mir leid meine zuschau tut mir doch gar nicht leid tut mir doch gar nicht leid das nicht leid tut glaube ich sogar so nett ist das zu seinen guten Zuschauern, merkt ihr das? ich bin immer nett ich war schon immer nett im sozialen kollegial Obsidian Tool so jetzt lade ich mal meinen Hammer nochmal auf ich bin Hammer weil ich wieder so gut aussehe, Hammer ne bist du nicht ok wo ist denn der Enchanter? haha dieses hellfliche Scheiß-Skelett soll ich mal verraten, du bist gar nicht runtergeflogen, kann das sein? ja, wo er mich wunder gekippt hat, das Scheiß-Skelett äh, weiß das weiß das Schwarz aber wie heißt denn immer Hose, wie hieß denn immer Hose hier? äh Leggings ahja Leggings gibt so viele Wörter für Rosen nie Pants und Pants was was nehm ich denn noch mit? da brauch ich nicht die Fackeln auch nicht, ist useless ne Schaufel ne Schaufel ne Schufel ne Schufel äh Hood was du hast jetzt auch angelegt was ja, wenn ich es grade mit habe Mining Speed 8 ok, die nehme ich definitiv mit, dann kriege ich die Quasche, das auf jeden Fall weg Gucken ob sie viel hält, wie sie viel verspricht Hi Fertig, die eine Knesset Mit diesen Scharren Ne, last time, ne? Ne, standard nicht Bye Epic Rewardback brauchen wir jetzt Ja Ich boh jetzt erstmal, ähm Wie zerstören wir ganz weg Crushed Earth? Ich weiß ja gar nicht, ob das so clever ist, Crushed Earth zu zerstören Ich hab sie eine Quest erledigen Ja Vielleicht wenn ich mich hier durchgeboxt hab BME Ding hab ich eigentlich auch noch Skelette sind so nervig, wenn sie Punching Pfeile haben Hnh Was ist das? 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 Ja Was ist das? 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 Was ist das?